ZWETTLER ZUTFOVLIGZ in Wave Herzlich Willkommen am Zwettler Ölberg zur 7. Zroffenvoch-Meisterschaft organisiert vom Ostdeutschen Alpverein der Sjektion Rodenland. Ich freue mich, dass Sie alle gekommen sind, dass Sie dabei sind. Alle, die mitfahren und speziell auch alle, die heute gekommen sind, um unsere Sportlerinnen und Sportler anzufeuern. Früher ist da Ski gefahren worden auf der Hang. Heute tut sich das keiner mehr an, weil es keinen Lift gibt. Da muss wirklich nur die Fuß aufgehen. Das ist Action pur und wirklich eine sportliche Herausforderung. Zum Verhinder gibt es da am Ölberg das goldene Ölkandl. Nein, nein. Hey, da ist ein Fuß, ey. Mann, Mann, Mann. Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020